Aktuell habe ich über 1000 Euro hier in meinem Portfolio. Stell dir vor, du könntest Online-Geld verdienen, ganz einfach, indem du nur Musik hörst. 100% passiv, ohne dass du etwas verkaufen musst und ohne dein Gesicht zu zeigen. Diese brandneue Methode hat dir garantiert auf YouTube noch niemand gezeigt. Heute wird sich das ändern. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute zeige ich dir eine wirklich nagelneue Methode, eine Webseite, die es dir ermöglicht, quasi mit Musik hören, Online-Geld zu verdienen. Und keine Sorge, es ist hier kein Clickbait, es ist 100% passiv. Du musst dafür überhaupt nichts können, außer du musst natürlich diese Webseite kennen. Und ich habe das in den letzten Monaten intensiv getestet und kann dir versichern, es funktioniert. Es ist richtig, richtig cool und du kannst ohne einen Finger krumm zu machen, ohne etwas zu verkaufen, ohne Reichweite damit Online-Geld verdienen. Ich zeige dir in diesem Video, wie du mit Musik hören, Geld verdienen kannst. Es ist wirklich eine brandneue Methode, keine Sorge, es sind keine Umfrage-Websites, die du machen musst. Ich habe gerade schon gesagt, es ist keine Reichweite nötig. Es funktioniert 100% passiv, wenn du es einmal aufgesetzt hast, kannst du einfach nur abwarten. Du musst noch nicht mal Musik hören, wenn du nicht willst und kriegst trotzdem regelmäßig Geld. Und das ohne jegliche Vorerfahrung. Ich zeige dir in diesem Video den Beweis meiner aktuellen Einnahmen und eine komplette Anleitung, damit du genau weißt, wo du dich drauf einlässt. Und als exklusiven Bonus schenke ich dir 25 Euro, wenn du dich über den Link unten in der Videobeschreibung anmeldest, weil ich da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe und möchte das als kleines Gudi gerne an dich weitergeben. Also du kannst sofort loslegen, kriegst 25 Euro von mir geschenkt. Und als zweiten Bonus verrate ich dir am Ende des Videos ebenfalls eine 100% passive Möglichkeit, wie du es schaffen kannst, durchschnittlich bis zu 3000 Euro pro Monat quasi auf Autopilot zu verdienen. Also volles Programm heute in diesem ganz besonderen Video. Und wenn du jetzt sagst, wow Steve, das finde ich cool, dann freue ich mich, wenn du jetzt ganz fix ein Like für dieses Video da lässt, vielleicht sogar auch ein Abo, falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest. Und wenn du dann rechts oben auf die Glocke klickst und alle Benachrichtigungen aktivierst, dann kriegst du automatisch eine Information, wenn es hier bei Geniale Geldideen regelmäßig neue Geniale Geldideen zum smarten Investieren und zum Geldverdienen im Internet gibt. Vielen Dank für eure Likes, für eure Abos und ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare. Wie kannst du also online Geld verdienen mit Musik hören? Ganz einfach, indem du nichts anderes machst, als das, was große Plattenlabels machen. Denn immer wenn ein Song von einem Interpreten im Radio gespielt wird, runtergeladen oder gestreamt wird bei Spotify und Apple Music und Co., dann verdienen diese Plattenlabels damit eine ganze Menge Geld, anteilig eben für jede gespielte Song, für jede Ausstrahlung. Und es gibt eine Möglichkeit und eine brandneue Website, die es dir ermöglicht, quasi Anteile von Musikkatalogen, zum Beispiel von Justin Bieber, Lady Gaga und allen anderen Stars zu erwerben und dann ebenfalls 100% passiv mit deinen Lieblingssongs und Interpreten Geld zu verdienen, in denen du jedes Mal, wenn diese Musik gespielt wird, Geld bekommst. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Es ist wirklich krass und richtig, richtig cool. Die Webseite, von der ich spreche, ist Anode Music. The Main Stage for Music Investments steht hier drauf und die sind gefeatured worden im weltberühmten Forbes Magazin, in der Rolling Stone, in Wired und Co. Und hier hast du tatsächlich die Möglichkeit, in sogenannte Musikkataloge zu investieren. Und keine Sorge, du kannst ja schon ab 200 Euro anfangen. Wenn du also ein bisschen Geld übrig hast, kannst du es einfach versuchen und hast dadurch die Möglichkeit, pro Jahr eine Rendite zu erwirtschaften. Durch diese Ausschüttungen, durch diese Tantiemen-Ausschüttungen, die du dir direkt auf dein PayPal-Konto oder auf dein Bankkonto überweisen kannst, durchschnittlich zwischen 10 und 15, manchmal sogar bis zu 20% Rendite zu erwirtschaften. Ich habe es, wie gesagt, ausprobiert. Nach einem Monat hatte ich schon meine ersten Einnahmen. Die zeige ich dir auch gleich. Und zwar 100% passiv. Ich habe einmal ein bisschen Geld eingezahlt, habe nur abgewartet und dann siehst du direkt in deinem Account, wie das Geld sozusagen da reinfließt. Die Plattform gibt es seit Juli 2020 und seitdem wurden mehr als 400.000 Euro an Lizenzen, an Lizenztantiemen ausgeschüttet. Das ist eine riesengroße Community mittlerweile. Über 25.000 Investoren und Musikfans sind dort unterwegs. Und wenn man alle Ausschüttungen bisher mal zusammennimmt, dann ist es so, dass du durchschnittlich eine ROI bzw. eine Rendite von 10,76% erwirtschaften kannst mit dieser Plattform. Also eine richtig coole Geschichte und das funktioniert international und weltweit. Mehr als 62 verschiedene Länder sind hier aktuell aktiv und involviert. Und ich bin in Deutschland einer davon. Wie funktioniert das? Du würdest ganz einfach hier auf Start Now klicken und kannst dann dich hier registrieren mit deinem Vornamen, deinem Nachnamen, E-Mail-Adresse, Passwort und so weiter. Du musst einmal hier die Terms und Conditions anklicken, dass du die gelesen hast. Die kannst du natürlich auch lesen, wenn du das gerne möchtest. Dann kannst du im Grunde nur dadurch bestätigen, dass du ein paar Marketing-Informationen bekommst. Aber keine Sorge, das passiert nur ab und zu. Ich bin, wie gesagt, schon lange dabei und da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wenn du es noch einfacher machen möchtest, dann kannst du ganz einfach dich auch mit deiner Facebook, Apple-ID oder Gmail-Adresse dort anmelden bzw. mit deinem Google-Account und schon bist du dabei. Und sobald du das getan hast, kommst du in dein Backend, in dein Portfolio sozusagen rein. So sieht das Ganze dann aus. Da gibt es ein paar neue Informationen und dann kannst du direkt loslegen, indem du dich durch die Musikkataloge, die da verfügbar sind, durchklickst und sagst, okay, das ist spannend, das finde ich gut, da möchte ich gerne investieren und kriege dann entsprechende Tantiemen. Der Sterling-Fox-Katalog ist einer der bekanntesten Kataloge. Und wenn du hier mal draufklickst, dann siehst du, dass hier für einen Anteil an diesem Katalog du aktuell 40,97 Euro, also knapp 41 Euro zahlst. Und in dem Moment, wo dir so ein Ding dann gehört, dann hast du die Möglichkeit dafür, Rendite passiv zu erwirtschaften, immer dann, wenn es eben eine Tantiemen-Ausschüttung gibt. Und du siehst, in so einer Liste sind Songs dabei wie Lana Del Rey oder von Lana Del Rey, Madonna, Avicii und Co. Es sind mehr als 300 Tracks da drin im Bereich Pop, Rock, Punk, Alternative, Elektro, Indie und so weiter. Also es gibt viele Informationen über diese Kataloge. Und hier, das ist das Spannendste für dich, kannst du sehen, wie denn in der Vergangenheit die Performance war. Das heißt, hier aktuell kostet eben so ein Anteil an diesem Katalog 40,97 Euro und durchschnittlich in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren lag die Rendite pro Jahr zwischen 9,49% und 10,55%. Und das ist richtig, richtig cool, vor allem, wenn du das mal vergleichst mit Themen, was du, wenn du das gleiche Geld irgendwo auf dein Punk-Konto legen würdest, verdienen könntest und würdest, da hast du, wenn du Glück hast, mal so ein bis zwei Prozent Zinsen überhaupt. Also eine sehr richtig coole Möglichkeit, hier Geld mit zu verdienen. Und wenn du in mein Portfolio reinguckst, dann siehst du, ich habe hier 1.007 Euro Wert in meinem Portfolio momentan und bin investiert in drei Kataloge, nämlich in den Steve James Producer Katalog, in den Ever Ever Music Katalog und in den gerade schon vorgestellten Sterling Fox Katalog. Dort habe ich jeweils 25, 15 und 8 Anteile, habe hier 391 Euro investiert, hier 209, 324. Und das Spannendste ist natürlich, was ist denn dabei rumgekommen? Hier erfährst du unten immer, wann denn die nächsten Ausschüttungen stattfinden und hier oben siehst du, dass ich bereits 12,23 Euro an Tantiemen verdient habe. Ganz einfach so, indem ich nur vor etwa anderthalb Monaten da knapp 1.000 Euro eingezahlt habe und jetzt eben schon meine ersten Renditen erwirtschaften konnte. 100% passiv, du musst also gar nichts dafür tun. Wenn du loslegen möchtest, dann klickst du ganz einfach auf Add Funds, sobald du dich registriert hast und hast dann die Möglichkeit, zum Beispiel über Mastercard oder Visa Card zu bezahlen oder über einen ganz normalen Banktransfer. Das habe ich auch gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Du kriegst dann eine Bankverbindung angegeben. Wenn du hier drauf klickst, entscheidest dich, wie viel Geld du gerne übermitteln möchtest, kriegst dann eine Bankverbindung angezeigt und da überweist du das Geld dann hin. Nach zwei, drei Tagen ist das dann da und du kannst es sofort dann in deinen bevorzugten Musikkatalog investieren. Und ein kleines Goodie noch von mir, du bekommst nicht nur 25 Euro Startkapital zusätzlich, wenn du über meinen Link unten in der Videobeschreibung bestellst, sondern zusätzlich sparst du dir auch noch die Gebühren, die anfallen sollten, wenn du normalerweise das Ganze machst. In den ersten drei Wochen hast du die Möglichkeit, komplett ohne jegliche zusätzliche Gebühren, die normalerweise noch ein paar Euro kosten bei einer Banküberweisung, hier loszulegen. Du hast also keinerlei Verlust und kriegst sogar noch 25 Euro geschenkt, wenn du über den Link unten dich registrierst. Wichtig dabei ist, ich kriege kein Geld von der Plattform dafür, sondern ich habe wirklich meine ersten Erfahrungen damit gemacht. Ich finde das eine super coole Geschichte im Vergleich zu ETFs oder Aktien, wo du eine sehr, sehr hohe Fluktuation in den Märkten hast und es auch mal runtergehen kann. Hier kriegst du regelmäßige Einnahmen, die komplett passiv sind. Du kannst also dich durchklicken, kannst dir die Musikkataloge angucken, kannst reinhören, wenn du das denn möchtest und dann ganz einfach sagen, ja, ich möchte hier so eine Bit stellen, möchte so ein Ding kaufen. Du klickst auf Buy, gibst dann hier an, wie viel Geld du investieren möchtest, zum Beispiel 82 Euro, da würdest du hier zum aktuellen Preis zwei Shares bekommen, klickst auf Proceed und dann wird das direkt in diese Wallet reingelegt. Das Geld ist so lange geblockt, bis du diese Zuweisung bekommen hast und schon bist du quasi Anteilseigner an Musiklabels und kriegst automatisiert regelmäßig entweder monatlich oder quartalsweise passiv Geld, was dir automatisch auf deine Balance überwiesen wird. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß aber gar nicht, ich kenne mich mit Musik gar nicht so aus, was soll ich denn da machen und wo soll ich investieren? Kein Problem, das ist auch eine sehr, sehr coole Geschichte. Du kannst einfach hier automatisiert in die profitabelsten Kataloge investieren, also in alle, die gerade angesagt sind und sagst einfach, okay, bitte splitte das dann ganz einfach. Du klickst auf Buy Now und dann hast du hier die Möglichkeit, dich zu entscheiden, wie viel Geld du einsetzen möchtest und dazu dann zum Beispiel von allen verfügbaren Musikkatalogen aktuell auf der Plattform jeweils einen Anteil zu kaufen. Dann hast du nur 192 Euro dort einmal zu entrichten, also musst gerade mal 200 Euro einzahlen und dann kannst du das schon machen. Wenn du zwei Anteile von jedem einzelnen Musikkatalog haben willst, dann bist du bei 384 Euro und so kann das weitergehen. Und wenn du sagst, okay, ich möchte hier zum Beispiel 1000 Euro investieren, dann bist du in all diesen Katalogen jeweils mit sechs Anteilen investiert, würdest du durchschnittlich zwischen 7 und 8,46 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaften, einfach indem du nur einmal einzahlst und mit deiner Lieblingsmusik investierst. Und dann kriegst du einfach einmal im Monat oder alle drei Monate eine E-Mail, wie diese hier, die ich jetzt eben vor drei Tagen bekommen habe. Und da steht drin, hallo, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade eine Auszahlung, eine Tantiemenausschüttung bekommen von 10 Euro und 10 Cent für den Sterling Fox Musikkatalog. Und dann klickst du in deinen Account in das Portfolio rein, kannst auf die Transaction History schauen und dann siehst du, wie und wann, wofür, was bezahlt wurde. Ich habe hier 1,05 Euro vom Ever Ever Musikkatalog am 30. August bekommen, am 24. August 10,10 Euro von dem Sterling Fox Katalog, wie du gerade auch die E-Mail gesehen hast. Und am Ende Juli habe ich 1,08 Euro bekommen vom Ever Ever Musikkatalog, also da ist die Ausstüttung monatlich. Das heißt, zwölfmal im Jahr habe ich das auch, das sind auch über 12 Euro. Und je mehr Geld du einzahlst, umso mehr Geld bekommst du. Das würde also bedeuten, wenn du 100% passiv Geld verdienen möchtest, durchschnittlich rechne ich jetzt in meinem Portfolio mit 10 bis 15% Rendite, dann hätte ich mit 1.000 Euro, die ich investiert habe, am Ende des Jahres 1.100 Euro. Wenn du 10.000 Euro investierst, das geht ja nicht weg, das kannst du ja jederzeit wieder rausholen, dann hast du die Möglichkeit, über 1.000 Euro, vielleicht bis zu 1.500 Euro, 100% passiv in diesem Jahr, dir einfach dazu zu verdienen und so weiter. Und das mit viel, viel geringerem Risiko, als zum Beispiel, wenn du in Aktien oder andere Geschichten wie Kryptowährungen etc. investierst. Ich bin total begeistert von, ist eine richtig coole Geschichte und ich würde mich sehr freuen, wenn du in die Kommentare reinschreibst, was du von Anode Music hältst. Also, wenn du es ausprobieren möchtest, im Idealfall zahlst du, ich glaube, 200 Euro musst du mindestens investieren. 25 kriegst du von mir geschenkt, über den Link unten in der Videobeschreibung. Hast keinerlei Gebühren, wenn du über eine Banküberweisung dein Geld dort einzahlst und kannst sofort dann zum Beispiel mit einem Klick auf ich möchte diversifizieren und sämtliche aktuell erhältlichen Kataloge nutzen, um dort entsprechende Anteile zu kaufen und sofort passiv Geld zu verdienen. Dann bist du herzlich eingeladen, genau das zu tun. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback zu dieser wirklich coolen, neuen und ich glaube noch für die meisten von euch 100%ig unbekannten Methode. Aber es gibt noch eine weitere Methode, die es dir ermöglicht, nicht nur im Jahr 10 bis 15% oder sogar 20% Rendite zu erwirtschaften, sondern mit etwas mehr Risiko sogar 3000 Euro pro Monat einzuheimsen. Wenn du nämlich bei unserem Community-Projekt mitmachst, indem du Copy Trading betreibst, das heißt, ich trade für dich und du machst nichts anderes, als auf einen Knopf zu drücken und kopierst eins zu eins genau die Trades, die ich auf dieser Plattform mache, egal ob du Ahnung von der Börse hast oder nicht, musst dich im Grunde um kaum etwas kümmern und hast dann die Möglichkeit, zumindest was in den vergangenen Monaten, so durchschnittlich um die 3000 Euro komplett passiv zu verdienen, ohne dass du großartig etwas dafür tun musst. Wichtiger Hinweis, natürlich ist es so, dass du bei so einer Plattform auch Geld verlieren kannst. Das birgt ein hohes Risiko. Das ist nun mal an der Börse so. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du hier auch natürlich die Möglichkeit, richtig viel Geld zu verdienen, indem du mir ganz einfach folgst. Das ist eine seriöse Plattform namens Naga, Mitglied der Naga Group, an der Börse orientiert bzw. notiert, und zwar an der Frankfurter Börse, hervorragende Trustpilot-Bewertungen, mittlerweile acht Jahre lang am Markt. Also hier kannst du auf keinen Fall etwas falsch machen. Wenn du loslegen möchtest, klick einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Da findest du alle Details rund um unser Community-Projekt. Und wenn wir uns hier direkt auf der Plattform einmal angucken, wie nachhaltig so ein Projekt sein kann, dann siehst du hier, wenn man auf den Gewinn der Kopierer schaut, also auf den Gewinn eurer kopierten Trades auf die letzten zwölf Monate bezogen. Ich mache das also schon sehr, sehr lange. Dann seht ihr, dass ich hier unangefochten auf Platz 1 bin mit fast zwei Millionen Gewinn für euch, die ich generiert habe. Wenn du also dabei sein möchtest und einen Batzen davon abhaben willst, dann lock dich gerne unten ein, registriere dich komplett kostenlos, um dann hinterher ein bisschen Geld einzuzahlen und mir zu folgen. Und damit du es auch glaubst, dass diese Trades hier wirklich gut ausgehen, siehst du, das sind so hier meine durchschnittlichen Positionsgrößen zwischen 9 und 11 Euro Gewinn, wenn diese Trades positiv geschlossen werden. Und im Mai vom 1. bis zum 31. Mai habe ich halt einen Gewinn von 3.432 Euro. Dort generieren können. Ihr hättet das zu 100 Prozent kopieren können. Abzüglich 99 Cent Kopiergebühr werdet ihr also bei diesen 303 Trades immer noch über 3.000 Euro im Plus gewesen. Wenn wir uns das im Juni angucken, waren es 3.600 Euro. Oder sogar ein bisschen weiter zurück im Februar, da waren es etwas weniger, nur 2.800. Und im März 3.264 Euro. Also du siehst, es ist ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell, bei dem du ohne großartige Vorerfahrung einfach nur durch Kopieren Geld verdienen kannst. Wenn du da Spaß daran hast, mach auch mit bei der Autocopy-Methode. Wie genau das funktioniert, findest du unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn wir dieses Community-Projekt noch weiter nach vorne bringen. Und wenn du lieber aktiv und nicht hundertprozentig passiv Geld verdienen willst, dann schau doch mal auf das Video, was ich dir links verlinkt habe. Da verrate ich dir, wie du pro Monat 5.500 Euro verdienen kannst mit einem geheimen KI-Trick und der genialen neuen Google-Bart-KI. Wie das funktioniert, erfährst du, wenn du aufs Video klickst. Ich freue mich, wenn wir uns gleich in diesem Video wiedersehen. Ich freue mich, wenn du aufs Video klickst.